So Leute, jetzt melde ich mich mal wieder nach 300 Jahren mal wieder zurück. Äh, als IHS-Info-Video mal hier. Äh, bloß, dass mir eben auffällt. Ich nehme jetzt erst mal OBS auf, deshalb, wenn ihr euch eigentlich einstimmig Sachen sind, glaube ich, werde ich jetzt erst mal nachsehen. Ich werde es aufnehmen, um einfach euch mal wieder mitzuteilen, dass ihr wisst, dass ich noch lebe und nicht aufgehören mit YouTube. Äh, ich weiß, was in Minecraft ist, ist ein bisschen ruckig alles und sieht ein bisschen komisch aus. Es kann natürlich auch zusammenhängen, dass ich Vollbild gemacht habe und davor kein Vollbild hatte. Kann natürlich auch sein. Äh, auf jeden Fall, ja, es kann, das sieht ja, ja, ich sehe es eben, das ist mein, äh, mein, äh, HDR, nennt man das. Ja, deshalb sieht es so komisch aus bei mir. Beim Video sieht es relativ normal aus. Ich wollte sagen, dass, äh, ja, wir alle wissen, das, oder manche wissen, ich denke eigentlich, dass, das ja mittlerweile, äh, 19 geworden bin im Oktober und so weiter und ich habe seit einem Jahr schon Ausbildung gemacht und so weiter. Ich habe es geschafft noch, anfangs, mich, äh, YouTube zu machen. Habt ihr ja gesehen, habt, mein letztes Video war ja, schade, äh, halt ist so lange her, als ich es nicht so gemacht habe danach. Aber ich habe produziert, Leute. Auf jeden Fall ist ja ein halbes Jahr her. Sechs Monate, das letzte Vorjahr-Video. Ich werde jetzt, auf jeden Fall ist ja schuld, dass ich einfach keine Zeit hatte und auch irgendwie keine Lust. Und ich werde das Video gar nicht so lange geht, es geht schon mehr drei Minuten. Äh, auf jeden Fall, ich hätte einfach keine Lust mehr, weil es einfach keinen Spaß gemacht hat. Mir irgendwie, ich habe mich keine Lust gehabt, mich dann noch hinzusetzen und Videos zu schneiden. Auf, aufgenommen habe ich. Okay, Videos zu schneiden war auch kein Problem. Das Problem war erst das Internet. Weil das Internet ist das Problem bei mir immer noch. Meine Kollegen wissen das auch und so weiter. Aber, ich habe Videos mit Niklas Pro Tier. Halt Black Dragon mehr, die ich nicht mal kenne oder neue Leute. Habe ich Videos aufgenommen, eine ganze Gameplay war es. Äh, Far Cry, äh, New Dawn. Bloß, ich habe das erste Video auch geschnitten, das zweite auch. Das Rennen hat schon ewig gedauert, sag ich schon, aber es hat nicht so lange gedauert, es ging eigentlich. Okay, habe es hochgeladen. Dann habe ich ja, alle wie ich es wissen, einen Bruder, Slinder, halt nie jetzt so gesehen, der auch, ob das mit Videos und so weiter, drin waren schon, Livestreams. Äh, und der, ich sage jetzt halt nicht so mehr als aktiv, aber er schon. Und ich konnte dort in den Zeitmoment nie die Videos hochladen, weil es dann meistens immer, äh, Beschwerden gab, dass unser Internet halt so langsam ist. Da habe ich gesagt, ja, YouTube hat ja die Funktion jetzt, dass ich einfach das Fenster schließe und es, äh, abgeschaut. Ich kann wieder neu auswählen, neu reinladen, das. Habe ich gemacht. Dadurch musste ich etwas länger nicht warten, da habe ich über Nacht gesagt, ach, vergessen und so weiter, wie es halt so ist. Und dann war halt irgendwann mal so, dass, als ich mich abgebrochen habe, habe ich schon angefangen, habe ich einmal vom Tag anfang wieder geladen und so weiter. Aber mir wurde es nie vollständig hochgeladen, so wie ich mir gehofft hatte, dass ich gesagt, komm, lass mal, ist egal. Dann kamen die anderen Vorhungsvideos ja noch. Und dann habe ich gesagt, ich müsste die Videos wieder schneiden, ach, nee, morgen, nee, ach, nee, morgen, und so weiter. Deshalb habe ich nichts gebracht. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, über die Silvesterzeiten und so weiter, die restlichen Vorhungsvideos von letztem Jahr und kann ich dir noch den Teil vorletztes Jahr hochgeladen. Es kommt auch, muss ich sagen, es kommen auch, äh, Volksadventskalender, äh, Volkskalender, Volkskalender wieder, halt von Weihnachten bis Silvester, traditionsmäßig, gibst den wieder, ja. Auf jeden Fall gibst den wieder. Und ich hatte, ich habe dieses Jahr nicht so viel bestellt, weil ich davon ausgegangen bin und auch froh habe, mich nicht hinzustellen und den ganzen Abend hinzufilmen, sondern ich habe was bestellt, ein paar Dings, weil ich filme, ich hatte die Sachen schon zu filmen, aber ich hatte auch vieles so privat für mich einfach zünden und Spaß zu haben, weil das, ich merkte, es ist ein bisschen, ein bisschen Stress, das ist mir dabei immer. Es hat mir auch Spaß gemacht, aber ich wollte es dieses Jahr ein bisschen Geschichte angehen, dass ich dann auch weiß, dass ich jetzt so lang bin, dass ich auch erst bei meinen Kollegen mit zum Fahren gehen kann und so weiter. Äh, deshalb ist es dieses Jahr nicht so viel, deshalb wird es nächstes Jahr leider nicht über das ganze Jahr vorweg geben. Vermute ich Gaming auch nicht, dadurch, dass, bloß wenn ich schon ein kurzes Video ist, ich werde halt mal gucken, wo ich was machen kann, ob ich ein Projekt anfange, ich habe überlegt, es gibt die Server ja, Leute, also ein bisschen Spoiler, äh, es gibt also Server, wo so, halt, unsere Welt da ist. Und ich hatte schon mal auf einem anderen Server das Projekt anfangen, aber ich auch, habe ich auch aufgenommen, hatte ich nie Lust zu schneiden und dann wird es lang und, äh und, i und, weißt du schon. Habe ich auch wieder gelassen, habe Privathaus gemacht, das. Hat, äh, halt eine Stadt Askelhorn. Ich werde diesmal so machen, dass wir Land machen, Askelhorn, mit mehreren Städten, Gemeinden, Kommunen, Ländern und so weiter. Das war wirklich auch so ein Ding, das war wirklich, wie sein eigenes Land gründet, probiert wirklich mit mehreren Leuten, wie eine Regierung, das war ich hinzubekommen und so weiter und einfach mal so ein bisschen experimentell sowas zu machen. Auf jeden Fall muss ich mal gucken, ob ich Lust habe und so weiter. Aktuell habe ich aber eben noch einen privaten Microsoft-Server mit ein paar Kollegen, der geht auch erst mal noch einen Monat. Aber ja, muss ich mal gucken, da kommt aber, probiere ich es wie möglich kurz, halt keine 20 Minuten Videos mehr, sondern bis nach 15 oder 10 Minuten, dass es einfach so kurz wie möglich ist, dass es nicht so lang dauert zum Hochladen. Aber ja, das ist ja mal das ganze Volksvideos hochkommen noch. Aber diese Woche probiere ich, ich kann es euch nicht versprechen, ich probiere jede Woche ein Volksvideo wieder hochzuladen. Dann, äh, probiere ich wieder das Minecraft mal ein bisschen zu bringen und dann natürlich, ich meine, im Früherschein, das ist nebenbei auch noch, deshalb ist auch noch Zeit weg, deshalb habe ich die Zeit nicht. Ist, äh, wenn ich Früherschein hatte, hat meine Mutter gesagt, du, du, mach dieses Internet besser, mal gucken. Wenn ich dann fertig bin, spätestens dort, werde ich das Let's Play, was mittlerweile ewig lang her ist, auch hochladen. Ich probiere es jetzt vielleicht schon nochmal. Wenn mein Bruder vielleicht mal beim Kollegen ist oder irgendwas ist, probiere ich mal hochzuladen das. Oder wenn wir mal arbeiten und so weiter sind. Ich probiere es nochmal. Vielleicht kommt da jetzt immer mal noch ein Video davon. Auf jeden Fall, äh, ja. Das sind erstmal die Pläne soweit, von meiner Seite her. Wenn ihr Ideen habt, Wünsche, wenn ihr freut euch, könnt ihr einfach einen Kommentar schreiben. Jetzt kann ich mal einen Kommentar da lassen. Und dann, äh, auch immer einen Daumen nach oben. Und wenn ihr neu seid, ein Abo. Vielleicht tut es einfach mich ein bisschen motivieren, wieder mehr zu bringen auf YouTube. Ich habe auf jeden Fall eben so ein bisschen Lust wieder, wenn ich eben das Video aufnehme. Äh, ich hoffe, ich bringe es dann auch regelmäßig. Äh, halt schon so halt regelmäßig, dass ich, äh, das wieder so probiere, jede zweite Woche ein Video zu bringen, mindestens, dass man YouTube halt das wieder ein bisschen anläuft. Warm werden. Mit, äh, mit Schneiden und so weiter. Und, ja. Ich muss auch nochmal bedanken, ihr habt auch über die Zeit, habe ich gesehen, immer, ich Torsten ja immer reingeguckt, Torsten war meine Videos relativ gut, Torsten ja immer mit angeguckt, muss ich sagen. Und es sind auch Abonnenten dazu gekommen, muss ich auch nochmal bedanken an die Leute, an alle Abonnenten, die geblieben sind. Natürlich sind welche gegangen, kann ich verstehen, wenn man ein halbes Jahr ohne was zu bringen, nichts mehr bringt, äh, halt ohne was zu bringen, halt auch was los ist, äh, geht, weil, dass viele haben sich einfach dann nie wieder gemeldet. Kenne ich auch YouTuber, mit denen ich eigentlich auch bestimmte Sachen machen wollte, pushen mich auch verdanket habe, wenn manche was gepostet haben und so weiter. Auf jeden Fall, das habe ich gesagt, muss ich mich einfach welch mal wieder melden, als ich probiere, ich stelle es mich gleich hin, stelle ich das Video, probiere es heute den, 29. oder morgen hochzuladen, dann probiere ich auch diese Woche gleich noch ein Volksvideo zu bringen, das einfach eins da ist, äh, wo es jetzt irgendwo noch, warum keine Videos auch kommen können, weil ich gehe am Wochenende jetzt eigentlich jedes Wochenende feiern, Samstag, oder Freitag, oder manchmal beiden Tagen, deshalb, das sind alles Zeit weg, ich habe das halt nicht mal so viel. ich hoffe, ihr versteht es irgendwo, ich habe hier einen gefunden, der die Videos schneiden würde, aber da war es das Problem, wieder hochladen, runterladen, es dauert alles ewig bei mir, und so nicht einfach nicht, deshalb ist es besser, ich schneide es selbst noch und so weiter. Auf jeden Fall, Dankeschön, er weiß, wen ich glaube, vermutlich meine, er fühlt sich angesprochen, wenn er es sieht, danke dafür, dass du dich angeboten hast, das mal zu schneiden, auf jeden Fall, wird das jetzt mal was, wird das jetzt mal was, wir konnten kommen, ich weiß nicht, wie regelmäßig, ich probiere, aber, ich werde jetzt eine Woche mindestens, dann ein Video zu bringen, wenn er jede Woche eins, vorwärts Video, ich hoffe, ich muss mal gucken, ob das überhaupt reicht jede Woche, wie viele Wochen sind es noch, vier, vier Wochen circa, okay, das muss auf jeden Fall reichen, da könnte ich auch, wenn ich schaffe, manchmal auch in der Woche zwei Videos bringen, auf jeden Fall werde ich dann, danach wird, nach Silvester, aber muss auch in der Videos noch ein paar kommen, ich werde noch die alten hochladen, vielleicht hebe ich mir auch ein paar auf, für nächstes Jahr, das will ich ja hab, aber vier, vier, ja, warte mal, ja, ich müsste elf Videos hinbekommen, deshalb kann ich elf Wochen davor, circa anfangen, wieder vorwärts Videos zu bringen, jede Woche, ich hoffe, ihr freut euch, dass ich mich wieder mal melde, dass es wieder losgeht, ihr könnt ja mal in den Kommentar schreiben, wie ihr so seht das, ob ihr euch freut, dass ich wieder Videos bringe, oder ob es euch ja nicht interessiert, wenn ihr euch schon wieder, komplett vergessen habt, natürlich ne, halt, das ist ja auch so, auf jeden Fall, ich hab auch noch einen Discord-Surfer, ich hab schon drin, war auch, das ist keine Ahnung, wegen Zeitproblemen, einen eigenen, äh, Discord-Surfer aufgemacht, mit Minecraft-Surfer dazu, der Minecraft-Surfer ist mittlerweile, ja schon dazu, aber die Dateien und alles noch da, ich hab probiert, einen eigenen zu machen, aber, ich fühl gar alleine, und so weiter, ich hab ein bisschen Unterstützung gehabt, anfangs, hab ich auch nicht die Leute noch mal Danke sagen, ähm, später wurde es alleine, das ganze, Programm einstellen, die ganzen Dings, tatsächlich schon übersetzen, selbst, und, war alles ein bisschen nervig, und Zeitaufwand, und dann irgendwann, wo ich es veröffentlicht hab, ging das noch nicht, und hier, und dann, kam eh nicht viel drauf, und so weiter, auf jeden Fall, könnt ihr noch ein Beitreten mal, da müsst, kommt auch immer, Informationen, wenn ein Video hochgeladen ist, vielleicht könnt ihr auch am besten, mit mir Kontakt aufnehmen, darüber, weil, das einfach ist, aber das, nicht, das, wenn ich tote Hose, auf dem Ding, aber vielleicht können wir den, vielleicht ein bisschen mehr beleben, wieder, weil ich hab auch vorgesehen, mit ein paar, anderen Kollegen, ich hab mit denen noch mal reden, aber ich jetzt wirklich mach, nachher probieren, den Server selbst aufzumachen, bloß dann halt zu dritt, erstens das Geld, wisst ihr weniger, äh, was zahlen muss, und zweitens, äh, auch ein bisschen Unterstützung, mal schauen, ich hab's irgendwie schon, eingerührt, ich weiß noch nicht, ob ich mich lust hab, Leute, wie ihr das seht, oder du, ihr, wie auch immer, äh, ich weiß noch einfach nicht, das ist irgendwie mehr Zeitaufwand, alles bis sehr groß, deshalb, äh, ja, will ich mich verabschieden, ich hoffe, ich hab alles dran gedacht, ihr könnt mal noch schreiben, ob ich jetzt auch auf Insta immer, wenn ich ein Video hochgeladen hab, noch das ankündigen soll, oder nicht, das könnt ihr ja auch mit reinschreiben, dann würde ich sagen, war's das mit dem, äh, YouTube-Video, wenn ihr den habt, Videos und so weiter, Anregungen, bestimmte Sachen, manchmal umständlich, so auf, äh, OBS, Verwässerungsvorschläge gehabt, was insgesamt bessere Einstellungen, einfach mal ist in die Kommentare, ich wäre schön, wenn ihr euch unterstützt dort wieder, und dann, danke, dass ihr, an alle Abonnenten, die geblieben sind, dass ihr geblieben seid, auch nach dem halben Jahr, dass trotzdem, an die neuen Leute, an die anderen Leute, auch die Videos eingeguckt habt, und, ich hab wieder Lust, deshalb, kommen jetzt hoffentlich wieder, regelmäßig Videos, und dann, tschüss, bis nächstes Mal, und, tschau. tschau. Vielen Dank.